Ja, dann sag gleich mal was, auf was muss ich aufpassen oder was macht man da? Kämpfen, sonst gar nichts. Mit dem Illidan kämpfen oder alles Illidan oder selber? Alles Illidan. Aber man braucht viel viel Mana und ich weiß nicht wo, dass ich das ganze Mana herkriegen sollt. Bist du noch einmal im Kampf oder was? Ja, ich hab's zwischendurch abbrochen. Okay. Sag mal, bist du bei mir im Stream drin? Ja. Aha. Okay, dann bist du die einzige glaub ich, was mir gerade zuschaut. Okay. Jetzt hat die wieder volle Energie? Was soll denn das? Eine Downphase. Ich check das nicht. Ich check das nicht. Aber ich bin am fliegen also, von dem her. G'scheiterer, wenn ich mir die Anzeige da runterleg. Ich ziehe das einfach noch weiter auseinander. Ha. Ich muss noch einmal an. Ah. Was brichst du jetzt schon wieder an? Wie gewisst? Hm. Wieso denn das? Weiß ich nicht. Ich warte auf dich. Ich warte auf dich. Du warte das nicht. Das finde ich aber sehr nett. Nein, ich muss aber woanders ziehen. Was? Nicht da, wo du bist auf dem kleinen Schflöcke-Erden-Hitamt. Ich muss da her. Ja. Wenig Gesundheit. Alter, was ist jetzt? Nein. Ich hab mich jetzt umgebracht. So eine. Ein Schwarzen, eine Elendige. Musst du nicht da her raus? Nein, ich muss ein bisschen weiter rauf. Da an der Küsten entlang. Siehst du das, äh... Training mit Touret an? Mhm. Auf der Karte? Da ein bisschen drüber ist das bei mir angezeigt. Achso, nein, bei mir nicht. Ja, dann muss ich es ja da allein machen. Ja, ich schau mal. Ich fahr jetzt einmal rauf. Hallo, fährst du? Alte Bärenfalle. Ähm... Ja, stimmt. Weil, was ich fast ein wenig schade finde, ist, äh... Dass ich, wenn man sich in WoW so konzentrieren muss... Bei manchen kämpfen und so. Ja. Dass man dann eher wenig mitkriegt von der ganzen Umgebung, von dem wie es da ausschaut. Äh... Puh. Ja, das stimmt. Von dem wie es gemacht worden ist. Ich meine, das wird dann natürlich... Wenn man jetzt gerade in einer Inni, wenn man jetzt in der Inni öfter geht... Wird es eben... Wow, Alter, jetzt bin ich da falsch gefahren. Hure, rein im Pfarrhof. Jetzt kann ich da wieder raufgucken. Weil es ist teilweise schon, ich meine, wenn du das anschaust... Die Gebiete und so, das sind schon wunderschön gemacht. Also wirklich schön gemacht. Ja, das stimmt. Und dann hast du Kämpfe dabei, wo du dich voll konzentrieren musst... Und dann krieg ich für meinen Geschmack fast ein wenig mehr Miet von der Umgebung. Wenn ich natürlich auch dementsprechend TPS machen will. Wenn es ein Kampf ist, was mir relativ wurscht ist, dann... Ist es ja nicht so tragisch. Aber wenn ich mich wirklich konzentriere, dass ich mein Maximum an TPS ausserhaue, was ich hab, dann... Mit der Bär, ich tu mir nix. Ich tu mir auch nix. Ich hör mir nicht das Herz da. Du merkst das! Bist du jetzt fertig mit dem Elite-Anzeig? Nein. Weilst du mir gar ned auf dem Map gezeigt wirst jetzt grad? Ja, weil ich in einer Szene bin. In einer Szenerie! Wo? Ist es ein World-Quest? Das ist ein World-Quest. Das ist ein Macher. Lasst uns kämpfen. Ich hab keine Haustürkämpfe. Bin ich eher... Ja, Level 6 gegen Level 25. Okay, das wird relativ schnell erledigt sein. Er haut zwei, drei Mal her auf mich und das war's. Ich muss die da runterhauen, glaube ich. Wie soll ich denn das machen? Okay, erstes Ding ist tot. Ja, auf dich hab ich jetzt nicht geschaut. Ich kann da nicht runterhauen und da zahlt wieder kein Mana nicht. Wo krieg ich jetzt ein Mana wieder her? Keine Ahnung. Okay. 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 Kann ich das nicht nur verlassen oder aufgeben oder so? Passen. Denk ich aufgeben. Denk ich aufgeben. Denk du hast die Kämpfe müssen die da... Okay. Ohhhh. 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 Nohhh. Okay, hier da rein. Okay, mein zweiter ist Down. Und der dritte hoffentlich auch gleich. Nein, tats wieder. Ich hab ja aus dem Kämpfe überhaupt nichts gemacht und der ist Level 25. Level 25, Level 25, Level 25. Was soll ich denn da machen? Okay, danke für den Kampf, war ein Fein Arsch. Oh, meine Haustüre sind tot. Kann ich es wieder abbrechen? Wieso? Weil ich keine Wanderwehr hab, was soll ich denn da tun? Ich hab keine Ahnung. Ich auch nicht. Jetzt muss ich mal, ich schau mir das jetzt selber mal an, vielleicht ist es bei mir eh das Gleiche. Aber wenn es schon gleich Horstig gewesen ist. Eine uralte Erinnerung regt sich. Wenn ihr bereit seid, ruft mich. Und wir decken gemeinsam einen Teil von Illidans Vergangenheit auf. Gut, bin bereit. Was? Illidan, euer Zaun ist fehlgeleitet. Ich habe euch nicht beleidigt. Ihr habt mich verstoßen, Szenarios. Was? Nein. Ihr dürft hier bleiben, doch werde ich nicht mehr euer Lehrer sein. Wenn ihr weiterhin die Willknis studieren wollt, könnt ihr dies an der Seite eures Bruders tun. Dann? Dann soll ich also von einem Anfänger lernen, anstatt von einem Meister? Ihr müsst Respekt lernen. Malfurion verdient den Titel des ersten Druiden. Er ist ein wissbegieriger Schüler. Ihr hingegen nicht. Dieser Pfad erfordert immer, wie die Dame. Etwas, das ihr erst noch begreifen müsst. Bruder. Was, das war's schon? Nur wenige haben so viel Scheitern und Ablehnung erfahren. Die meisten hätten wohl aufgegeben, aber Illidan machte weiter, geführt von der unsichtbaren Hand des Schicksals. Seine Bestimmung war eine andere. Aha! Hm. Hör ich jetzt probier das Pfeifel einmal aus. Ja, das ist ja cool. Mit dem Pfeifel bringt er mich zum nächsten Flugmeister. Welche Pfeifel? Das hab ich in der Tasche. Das hat 5 Minuten abgeklingt sein und dann kann ich wieder zurückfliegen. Ähm. Oh. Was ist das so? So. Hör ich nicht. Hast du denn einen Zug da so viel gewählt fertig? Oder was? Woada sind die Pfeife? Meine Schwester ist anscheinend kurz schwer beschäftigt. Ja, weil ich mich dahinter und vorne rauskenn. Ja, es wird vorgekommen. Ja, es wird vorgekommen. Also, ich muss jetzt nicht da wieder in die Schrecken sammeln, ich hab mir nicht da Videosequenzen zuschauen müssen. Aha. Mehr weiß das mir nicht, ja? Das verließ der Wächterinnen kann ich mich da. Das verließ der Wächterinnen sollte mir gehen, das ist ein World Quest. Äh, wie schaut's denn bei dir jetzt eigentlich aus so gewesen? Äh, äh, dungeonmäßig. Hallo? Deffi? Ich weiß jetzt nicht, Dominik. Ich glaub, sie wird schon wieder stinkig. So, wir fahren jetzt wieder zu meiner Schreckensnabel. Wo bin ich doch nicht an, 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 an Ruhestein eigentlich. Ja, einfach von der Schreckensnabel. Ich bringe das zurück, bringe das zurück, bringe das zurück nach Egalision. Ah. Kommen sie in die Schreckensnabel in den Ruhestein legen? Glaub nicht. Gibt's so einen Weg, wie man schnell in die Schreckensnabel kommt? Ah. Fragen über Fragen. Ich geb jetzt eine volle Filme in die Ordnung gewesen doch. Dann schauen wir, wie's weitergeht. Ein Vermächtnis muss ich machen. Was? Ramskrones Vermächtnis. Ja. Will ich auch. Steffi, du weißt aber schau, dass das nicht, das ist nicht von deinem, das ist Ordenshalle. Das ist, das können wir schau miteinander machen. Das hat sich Info. Ja, danke. Ich bin eh noch, ich will dabei. Du sollst nur die Quests machen von deinem Troiden. Und nicht die von der Ordenshalle. Weil die sind für uns beide wieder gleich. Ja. So. Dann fahren wir, rennen wir mal. Dann reisen wir da wieder zu Steffi auf. Wo fliege ich da heute zum Gescheitern hin? Dann werden wir mal schnell schauen beim Flugleister draußen. Irgendwo sollte man doch da noch in der Nähe, hm. Da ist irgendwas Bach wieder am Geschick dann. Seid gegrüßt. Ja. Bis bald. Na gut, dann halt 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 momentan viel mit umeinander fliegt's da nicht wahr. Ja. 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 Kirin-toi. Kirin-toi, 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 Kirin-toi. Kirin-toi, Kirin-toi. Kirin-toi, Kirin-toi. Kirin-toi, Kirin-toi. Kirin-toi, Kirin-toi. 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 Ich bin da gerade früh. Okay. Ich werde gleich nach vorne. Was bin ich denn jetzt in Talaran? Hm. Oh, du bist in Talaran. Talaran ist aber ein bisschen ganz falsch, oder nicht? Hm. Da kann ich eh tauschen, aber... Teil einmal die Quest mit mir bitte. Ich habe die ganze Quest gebrochen. Kann ich nicht. Gut, dann hol ich mir's. Ja, hol ich das. Dann schauen wir mal, ob ich genauso schnell, ob ich genauso abbluse wie meine Schwester. Oder ob's ich g'scheiter mach. Na. Jo. Machst. Machst? Jo. 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 Okay, das hat funktioniert. So, schauen wir mal hier.